Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Bunny's Diary. Bei meinem Trick-Video wurde ich so oft gefragt, ob ich dann zeigen kann, wie ich meinen Kaninchen diese Tricks beigebracht habe. Und ich dachte mir einfach, dass ich sozusagen ein Format daraus mache, und zwar Hashtag Trick Diary. Und heute geht es um den Trick Pfötchen geben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Die Grundlage zu Pfötchen geben ist Männchen machen, was ihr jetzt hier auch in dem Clip sehen könnt. Den ersten Schritt, den ihr machen müsst, ist mit eurem Kaninchen Männchen zu machen. Und wenn euer Kaninchen Männchen macht, dann versucht einfach eure Hand unter die Pfoten eures Kaninchens zu schieben. Die meisten Kaninchen nehmen das dann als Hilfe an, sozusagen, wenn sie Männchen machen. Diesen Schritt müsst ihr jetzt mehrmals wiederholen, zwingt eure Kaninchen aber nicht dazu, wenn sie nicht wollen. Dann lasst es einfach. Es kann auch sein, dass die Kaninchen gar keine Lust daran haben. Und dann müsst ihr das auch so akzeptieren. Aber wenn ihr diesen Schritt ein paar Tage oder Wochen wiederholt habt, dann versteht das Kaninchen, dass es sozusagen eure Hand als Ablage nutzen kann. Und dann macht das Kaninchen das ganz von alleine. Das war's jetzt mit dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!